Willkommen zu Finderbeast Infinity! Ok. Ja. Ich hätte genau gleich gehabt. Also, ja. Willkommen zu Finderbeast Infinity. Mit dem Dani. Hi, hi, hi. LOL. Stein des Körpers. Stellt den Hunger... Nee, ich spiele wieder hier. Ich... Ich kann so... Oh, du weißt nicht, ob ich S-Craften kann. Hm, cool. Warte mal. Dieses katalistische Linse, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Also, nein, nichts. Es ist einfach, ich weiß, was ich jetzt nicht mache. Sobald ich den Bruder habe. Blast und Staub. Zug könnte ich auch mal anfangen, aber ja. Zuerst will ich... Und eine... Ne, mehrere Worte. Mal paar Möbel machen. Wenn nicht, mach mir doch ein Amulett. Ja, cool. Was bringt das? Halt... Halt... Ne, Spieler. Jede 0,5 Sekunden ein halbes Herz. Wenn du neben mir stehst... Und... Dammit fliegst... Moment. Ich schlag dich mal. Och. Ich stehe grad neben dir, ne? Moment. Ich glaub, das funktioniert nicht so. Du? Was ist das Amulett an? Ach, das muss auf Podest stehen. Wie macht man so ein Podest? Podest aus dunkler Materie. Okay, mach ich mal eben. Langsam... Äh, dunkle Materie... Ar Quality... Halt... Beile daran badählar ... Gérald... Dems geht straight hinter dem Éxaro aus. Oh Mann, das ist doch schon ... O months ist das troch ein bisschen... Oh, das cockt mich an! Dunkle Materie prise da. DreiAST A1 tapping powering. Drei batterien, Eiko Savior 840 939 99 0 10 abandoned 14 1 kupfer Kabel, und ich habe noch 100.000 uhr ich brauche aber 4 Uhr Oh nein das kann man nicht, oh man das kann ich craften schade ja da Plasma-Launcher Podest aus dunkler Materie Energiekristall verbesserte Podest aus... Alter weißt was, das kackt mich jetzt momentan Das zu machen Das mach ich später Weiter mit Elektromod Alles was Elektro ist Ah nein, was wollte ich einfach machen Oh Mann Ah ja, genau, gucken Ja, aber Okay Wie macht man Talisman der Reparatur? Ach so Komm mal her, Benni Hä? Wieso kann ich das nicht... Das Ding will nicht Was soll die Scheiße? Auf Podest Wirklich aufs Podest Luft Hast du mich grad geschlagen? Nein Was ist mit diesem Podest los, Mann Voll defekt Habe ich extra so einen Stein lasieren gemacht Und so ein Podest Hallo Podest Ich glaube den... Benutze projectile... Ach ja, wir werden projectile Die glaube ich updaten, Benni Project E Ja, den Mod, den ich die ganze Zeit benutze Ach, ach ach so... Oh, okay So... 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 Ich frage mich, wenn man Self-Balancing Wie ankommt Dazu werde ich dann auch ein Video machen Ja, ja, ja... Und zu meinen... Z5 Das mache ich auch noch ein Video Ein... Ein... Wie heißt das? Let's play Counter Strike Ein Unbox Unbox, genau Unboxing Aber nur vielleicht Ach so... Auf Anfänger Nein... Ja, ich will einfach mal aufnehmen Und... Ja... Überquatschen Auspacken Genau Sich lustig machen Irgendwas quatschen Blablabla Blablabla Einfach so... Nix... Einfach... Blablabla Blablabla Äh... G... Nein... Hinein... Ach Mist... Nein... G... Ah... Ja... Nein... J... Ah... J... O... Okay... Ja... Diese Richtung Oh, so viel... Diese Dinger haben nicht so viel EMC Wie ich dachte... So... Bringt's eigentlich irgendwas, wenn ich hier mache... So... Jetzt hab ich wieder... Die hier... So... Ich konzentriere mich ganze Zeit auf diesen Sternen... Hm... Kann ich das... Ich weiß... Was... Wirklich... 40 EMC... Oh... Nein... Äh... Ja... Super... Kann ich das irgendwie... Verwenden jetzt? Oder... Nicht? Das Server leckt ein bisschen... Merkst du das? Nö... Wann? Ich mach einen neuen Sternen, ne? Wann brauch ich so ne... Kiste? Habe ich diese Kiste überhaupt eingeschwächert? Wie heißt die eigentlich? Äh... Äh... Mitgenommen? Ich dachte grad so... Oh... Benni... Ganz gut... Ohne Essen losgegangen... Das sollte ich nicht machen... Grüne Farbe... Stimmt... Zack... Gelernt... Ah... Grüne Farbe... Ich geh wirklich nach der Folge... Geh ich penne... Ey... Ich bin wirklich... Kaputt bin ich... Ja okay... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Oh oh... Was ist los? Nix... Sicher? Ey... Ich hab Öl gefunden... Hm... Tss... Benni... Der Öl... Ölfinder... Ja... Es ist lustigerweise zum ersten Mal... Was ich finde... Also... Auffällt oder... Sonst... Irgendwas... Ich benutze jetzt mal die Axt... Ich darf nicht... Ich... Wenn ich einmal Rechtsklick mache... Ist das Haus weg... Ich muss so aufpassen... Ich muss so aufpassen... Ne... Hunderzunge... Ha... Ha... Cool... Hunderzunge... Wie cool... Yeah... Schmackhaft... 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 So... Die Plattform... Die schwebt... Is einfach nur ne Wiese... Wiese... Wiese mit zwei Bäumen... Ja... Ja... Genial... So... Was tun wir in die Kiste... Ich hab keine Ahnung... Diamanten... Ein Diamantblock... Oder... Red Metal... Ah... Keine Ahnung... Oder ein Block aus... Alternative Kraftstoff... Ein bisschen Kraftstoffe... Der jetzt produziert... Perfekt... Das hier wird produziert... Der hier produziert... Red Metal... Dann machen wir die hier... Hm... Hm... Ich benutze in beiden... Ich bin... Produziert in beiden Dingen... Hier... Jetzt hab ich eine rote Materie... Im Inventar... Äh... Das ist voll... Äh... Oh... Guck mal... Ich hab ein Dorf gefunden... Dein Ernst... Hat das... Benni... Ja... Ich hab meine Achse in der Hand... Du bist... Nein... Daniel... Du wirst... Oh Mann Daniel... Hör auf... Bitte... Oh... Das geht nur für Holzstämme... Ja... Sonst bekommst du eins aus dem Maul... Von den Wächter hier... Die Wächter können mich doch am Arsch lecken... Okay... Guck mal... Ah... Ich hab eins aus... Ah... Fisch... Hi... Ach... Du bist so'n Hund... Ehrlich... Oh Mann... Du bist so'n Hund... Du bist so'n Hund... Besser... Wie... Jetzt... Du bist so'n Hund... Ja... Hey... Cool... Weck damit... Brr... Brr... Pfff... Hier ist der Schmiede... Oh, guck mal. Zeig mal. Oh, ja. Aber ich suche eine richtige Schmiede und Ging und so. Benni, darf ich ein bisschen Nova-Katalyst holen? Ist da irgendwo Bahnhandel? Ach, du bist so weit vom Hausweg. Warte mal, kann man sich irgendwie interpretieren? Haus. Oh, hallo, Haus. Ich will zum Haus. Ich will portiere. Jo, es geht. Oh, das Haus. Also, ich höre jetzt ein bisschen Nova-Katalyst. Oh, fuck it, yeah, das ist herrlich. Oh, man. Also, das sieht auch beide aus. Benni? Ja? Ich habe keine Ahnung, was die Dov-Bewohner darüber sagen, aber... Warte mal, warte mal, warte mal, Daniel. Okay. Also, mach mal. Warte mal, lass mich was essen. Okay, jetzt. Ich bin so ein Hund, ehrlich. So ein Hund bist du. Sorry. Oh. Benni? Ah, hier ist ein Eisengolam. Ja, fick dich, Junge. So, Daniel, hier sind Bücher. Guck mal, da schlägt mich. Der will sich nicht mit mir anlegen. Book of Bions. Guck mal, Benni. Ja, ich weiß. Ich habe auch schon eins aus dem Haar bekommen. Jetzt ist mein Hammer, hat den weggewinst, ey. Das ist ein Buch. Was willst du, Junge? Komm her. Das ist eine Ruhe. Alter. Oh, ich wohne ja nicht, ey. So ein richtiger Taliban, du. Guck mal, ich fick einfach durch und alles ist weg. Oh, oh. Ey, dieser Enderman leuchtet. Wie heißt der Enderman? Der Gang? Ein Vulkan. Way too cold. Habe ich Vulkan gehört? Ja, Vulkan. Au. Hier war ich schon mal. Moment. Willst du ein paar Steine haben? Loli sind so riesen, Pulp. Leck mich. Oh. Schade. Hier, Benni. Wenn du diese Kugel aufnimmst, hast du diese roten Steine. Äh, diese schwarzen. Was will denn? Ah. Das hat Vorteil, ich weiß. Äh, Moment. Wo ist die Kugel? Hier unten. Wir haben schon über 15 Minuten da. Ja, dann hören wir auch gleich auf. Mann. 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 Frau. Älter. Mann. Kacke. Leck mich. Benni, du glaubst nicht, was ich machen kann. Oh, endlich. Benni. Was kannst du machen? Guck mir mal zu. Was? Äh. Wo bist du? Oh. Hey, Dani, was machst du? Ich lauwe baden und du. Geile Maske. Ich lauwe baden. Benni, ich geh mich jetzt braten. Was? Oh, es geht nicht hier. Ich will aber zur Wolke. Ne, so kommst nicht mit dem Jetpack. Schade. Wir haben fast 17 Minuten. Ja, aber was hat sich hier nur noch Insel und dann, ja. Welche Insel? Slime Winsel. Wo ist denn eine Slime Winsel? Oben. Im Himmel. Wo oben? Ach, da. Mhm. Also ich vermute, es ist eine. Ja, das ist eine. Also jetzt, ja, es ist eine oder nein, es ist eine. Es ist eine. Oh. Zum finalen Abschluss. Du bist ehrlich, so ein Ast. Hast du irgendwie zu viel Dinger oder was? Oh, warte. Oh, warte. 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 Okay, gut. Gut, dann, äh. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Okay, ich stelle die Axt aus, den wir packen. Und die Dinger hier. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, du Toller. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ja. Vielen Dank.